Alles klar, Freunde, und weiter geht es. Wir haben hier einen fetten Bait kassiert. Da kann man nicht hoch. Nee, da kann man nicht hoch. Kann man sich netten oder so, muss von oben herum. Jedenfalls nicht schlimm. Ähm, Herakles, wer sind denn Sie? Wer sind denn Sie, mein junger Mann? Herakles. Jedenfalls sind wir aber auf einer schönen Map, finde ich. Und ich bin gespannt. Vorher haben wir Siron freigeschaut. Es gibt doch noch einen Richter. Der ist ein Kollege. Ähm, weißt du, ob der hier ist oder ob jemand anders hier ist? Aber ich schätze mal, ob es jemand anders ist. So Palutena oder so, könnte ich mir vorstellen. Boah, der raked ja total. Der passt ja direkt startet. Ja, komm, Alter. Ja, Spiel ohne Items, Mann! Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. ich bin nicht den ganzen weg her gekommen dass ich da nicht durch kann ja 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 Das war schon angenehmer. Öffne das Tor, Moblin, öffne das Tor. Was? Oh nein. Ah jetzt, okay, ich darf schon, hä? Okay, gut, 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 alles gut. Jetzt bin ich echt gespannt, was hier abgeht. Oh, aufs Fire Emblem. Ist hier da rein? Oh, auf da rein hat es richtig Bock, Giftwolke. Was? Die dicke Luft, Giftschaden, hm, okay, aber dagegen habe ich was. Ähm, Monsana macht uns einmal so, dann holen wir uns Immunität gegen den Giftorino. Das ist Resistenz, ne? Ich glaube direkt Immunität will ich. Die hier, genau. Let's go. Let's go! Let's go! LUCINA! Ja, ich bin bereit. Schritt. Ohhhhh��터. Ja, okay, we'll be so happen. Ich lasse diese haben. Das war's für heute. Oh mein Gott, 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 so, non, ah, wir wollen das erste Mal, Schatz, ab, Trick, Trick, was ist das, was, Okay, Zero Suits, Amos, Ey, Oh, Oh, Nein, Jetzt, welche Kämpfe ist es, das frage ich mich gerade, Welche Kämpfe ist es, ich würde gerne eine Antwort drauf bekommen, Pit, wow, wir haben Pit echt noch nicht freigeschaltet, okay, komisch, hat es irgendwie anders im Kopf, aber fast schon, fast schon, aber was da mit dem Item da abgeht, darauf finde ich gespannt, Pit, Stay back, Stay back, Ah, Pit, Komm nur her, Pit, komm nur her, Komm nur her, Pit, Komm nur her, Pit, So, So, Ah, Was, 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 Spaß, was geht jetzt ab, was geht jetzt ab, Darauf bin ich gespannt, Ah, haben wir quasi die, Ganz rechts, ja, das, genau das wollte ich, genau das wollte ich sagen, habe quasi das hier annuliert, Sehr gut, dann können wir auch nach rechts perfekt, Cool, 1 a, super doll, So, so viel zum Tempen des Lichts, war auf jeden Fall eine angenehmere Dungeon als die anderen Freunde, weil ich habe immer noch Albträume mit Willi und was weiß ich, wir leben aber wie du willst wissen jetzt kann mir nach rechts und da steuern wir das ganze an nach rechts sorry so es sei denn was man haben wir kommen schon lass dich runter bitte ja ich bin so gespannt wer da ist ich bin so gespannt welche kämpfe da ist oh mein god come donkey kong ok alles noch nee wach dich mal donkey kong ich habe locker mit dir gemacht weil du auch werfen ist aber jetzt reicht es ja was jetzt was machst du eigentlich so was macht das aber was ist das 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 okay hab ich gemacht her au 買 Das war's. Okay, okay, raus mit dir. Oh, echt? Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Oh, wenn's Luigi wär, wär's schon cool. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, macht Sinn, macht Sinn. Eisklamm, was macht Sinn. Macht, was höchst Sinn. Ähm, aber irgendwie hab ich gar nicht an die Eisklammets gedacht. Um ehrlich zu sein. Jetzt sag ich, ich wollte eigentlich nach rechts gehen, aber wir können doch nach oben. Woher gehen wir? Lass uns erst mal nach rechts gehen. Ich hab's mir nicht so gesagt. Was sagst du jetzt alleine? Ich hab's mir nicht so gesagt. Ich hab's mir nicht so gesagt. Ich hab's mir nicht so gesagt. You lose. Nice. Iceclimbers. Die sind schon nett, die Iceclimbers. Die sind schon nett, muss ich sagen. Ah, okay, jetzt haben wir das so freigeschaltet hier. Oh, hältst du dich eigentlich ein? Oh, du hast ein Portal, warte mal. Okay, wir haben das auch freigeschaltet, sehr schön. Aber was ist da links? Kann ich da hin? Hey. Ja. Wo kommen wir hin? Ah, okay. Okay, cool. Lass, noch rechts! Oh, lol, wo sind wir hier? Wir wollen einfach eigentlich nach rechts. Die müssen noch mal ein ganzes Stück noch mal laufen. Frage ist, nämlich den richtigen Weg. Ich hoffe es doch, aber es sieht gut aus, oder? Oh. Oh mein Gott. ja keine bock zu kämpfen na 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 aber ich nehme es an einem sonntag auf dann ist einfach an jainem super folge wie geil das war jeden sonntag neue folge naja aber ich freue mich umso mehr auf den vor der umsumme auf dem film ist eine richtige eskelation als dr seiger Sehr, sehr schön. Was geht jetzt ab? Pac-Man! Er setzt auf sein Schild ein. L喜歡 das von Trin mini en balance! Oh! Jet sich mein... Peltieren real! Beltieren und nach Ele Test. Oh! Jetzt gucken wir mal nach rechts, was da abgeht. Jetzt bin ich gespannt. Ah, mit dem Bus kommen wir hier hin. Ganz sicher. Schick! Komm, jetzt ist Schick. Schick! 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 jetzt reißen wir uns die formalen ich bin jetzt richtig rausgefetzt aber was geht jetzt ab wenn wir nach rechts gucken was geht da da muss geil als erst also ich dachte immer sagen muss der mann aber dann kann einfach sagen muss aber ich jetzt umso cooler umso cooler die geschichte um sagen muss und sie ist aber hab selbst noch nie ein sammelsspiel spiel doch nur angespielt auf der wii aber müsste vielleicht auch auf jeden fall mal nachholen ich hatte nur um echt sein ich hatte nur angst vor solchen spiel damals als kind das haben wir zu düster da muss genau das schon gute karakter glaube ich frage schatten diesen part oder oder kannst du nur so vor naja oh jetzt willst du wieder was machen oder was geht da ja jetzt schau mal oh nein auch hier ist über die pacmen pacman map schon cool oh mj 2 und 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 Was? Mewtwo will ich auch auf jeden Fall. Ah, Spiegelschutz, ey, guck mal. Genau das. Genau das. So, anyway, jetzt bekommen wir hier... Meow. Rotom, lol? Bubbles. Don't become junior, ey. Wie nett. Bubbles. Der Gegner jagt nach Items. Greedy, the greed. Da hast du dein Item. Da hast du dein Item. Wenn du danach jagst. Das war ein Haarstein Item. Ah, Prinz Richard. Prinz Richard. Oh, nee. Ah, das ist Prinz Richard, oder was? Zieh gar nicht mehr. Was bist du? Prinz Richard, zieh leine. Geh weg mit dir, Richard. Ja. Ja. Ah, ja. Ich will erst runter, runterliegen. Raus mit dir! Ja, Richard, was netzlos mit dir. Prinz Richardinho. Dream Lando. Luffy Lando. Streetsmash, okay. Sogar noch weiter, oh Junge. Sogar noch weiter. Krass. Rotom. 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 Was? Was? Bitte hilfe! Aaaaah Heia Auaah Ja ja wie oft noch Moment Tja Was denn? Nein! 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 Ah immer in die falsche Richtung Ich ist immer in die falsche Richtung Ah Mann Nein Nein. Was? die mann aus dennoch besiegen schauen wo wir dann bekommen hat die musik haben und da macht mal langsam schluss zu den heutigen haben um mein gott natürlich auch ganz da immer wenn ich ihn sehe sage ich das aber ist also oh nein ich sterbe das dann ja draußen durch trein ok jetzt aber hier lang oder schluss das ist das im kaffee ökste dapfel gegner spinnen oh wie viele gegner will ich veräppeln warte mal warte mal und wie viele gegner da waren was Was? Ja. Ja. Lon? Ja. Nein. Okay, die ticken jetzt aus. Ja. 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 Hä.. Gentleman. Hele einfach so eine komische stage. Egal. Egal. Jetzt, jetzt bitte ich glaube gegen einen Geist kämpfen und dann können wir glaube ich den Kämpfer befreienünden. Niki. Hm, dann können wir quasi danach können wir dann gegen einen gegner befreien ich bin echt gespannt wer es ist weil pacman haben wir eigentlich schon bitte nicht so ein niekämpfer was macht diese nieklinge die kleine penner einen kleinen penner das hat er mit absicht gemacht warte aber auch mein kopf das kannst du nicht sein ich glaube ich war nur die weg oh ich werde dir es ist es ist es ist es ist Nein, Alter. Nein! Oh, du Penner. Oh, der wollte es wissen. Der wollte es wissen. Aber gut, aber gut. Jetzt. Wer ist es? Mr. Game & Watch. Okay, macht auch irgendwo Sinn. Let's go. Sieht so aus wie eine Pac-Man-Stage, aber 8-Bit-Zo mäßig. Also, Mr. Game & Watch ist unser letzter Gegner für den heutigen Part. Wenn wir ihn besiegen, wäre es nice. Ansonsten müssen wir gucken, was der vorjahr nicht dazu. Loll. Falsche Richtung. Alles klar, Freunde. Da haben wir noch am Ende Mr. Game & Watch freigeschaltet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.